Hier haben wir die Scorecard der Mainz Open Kategorie. Bei der Mainz Open haben wir auf dem 5. Platz Rolly Winkler, auf dem 4. Platz Dexter Jackson, auf dem 3. Platz Hardy Chupan, auf dem 2. Platz William Bonek und der Sieger und damit der 1. Platz ist Brenton Curry. Hier ist die Scorecard der 212 Division. Der Gewinner der 212 Division ist Kamal El Gagni. Hier haben wir die Scorecards der Classic Physik Kategorie. Der Gewinner der Classic Physik Kategorie ist Chris Bumstead. Hier haben wir die Scorecard der Mainz Physik Kategorie. Der Gewinner der Mainz Physik Kategorie ist Raymond Edmonds. 5. Platz 1 5. Platz 2 5. Platz 1 7. Platz 1